Servus Erwin. So, dein Messerchen ist jetzt soweit fertig geworden. Ich hoffe mal, es gefällt dir. Die Schneide ist wirklich so nahezu spiegelpoliert, also da kannst du schon irgendwie die Zeitung drin lesen. Moment mal, ich gucke mal, ob ich es irgendwie dargestellt kriege. Leider nicht ganz so wirklich, wie ich es gerne hätte. Aber doch, ich glaube, man sieht es soweit. So, der Griff ist tatsächlich Hirschgeweih. Allerdings habe ich das soweit runtergeschliffen, dass man das nicht mehr sieht. Sieht jetzt tatsächlich aus wie Knochen. Ich habe das Ganze leicht Wärme behandelt und auch anpoliert, weil ich habe gesehen, dass das bei dir so alles in Richtung Western und Oldschool geht. Und ich dachte mir, das passt so ziemlich gut zu dir. Hier hinten habe ich eine Lanyard-Hülse aus Carbon drin. Hier mit 3 mm Messing verstiftet und verklebt. Hirschhorn arbeitet leider ein bisschen. Kleine Spaltmaße sind hier leider nicht zu vermeiden gewesen. Ist aber mit Epoxy-Klebe aufgefüllt. Und dementsprechend denke ich mal, das ist so okay. Die Handlage ist wirklich smooth. Ich hoffe, du bist Rechtshänder. Denn das Hirschgeweih hat natürlich auch eine eigene Wuchsrichtung, eigene Form. Und so viel konnte ich da jetzt nicht mehr runterschleifen, ohne dass ich hier die Deckschicht zerstört hätte. Das Ding hat mich jetzt echt Nerven gekostet, aber ich denke mal, das ist ganz zufriedenstellend geworden. Zumal du sagtest ja, Hauptsache scharf. Und ich lege jetzt das Messer wirklich nur auf die Handfläche. Ich halte es nicht fest und ich denke mal, die Schärfe sollte soweit ausreichen. Das hier ist jetzt Werbung vom Center Shop, also ziemlich dünnes Papier. Ich denke mal, damit kann man ganz gut arbeiten, auch zufrieden sein. Ich hoffe, du siehst das genauso, denn zeitlich schaffe ich jetzt nichts mehr, noch ein neues zu machen. Wir haben auf der Arbeit gerade ziemlich viel zu tun. Ich bin froh, dass ich das hier jetzt echt noch fertig gekriegt habe, weil ich es ja jetzt so zugesagt habe. Und ansonsten wäre es bitter geworden. Wie gesagt, ich muss das Messer nicht festhalten. Das geht halt so durch. Hier habe ich noch ein anderes Blatt, auch wieder Center Shop. Same shit, different story. Und nicht wundern, ich habe hier ein Flachschliff drauf, aber die Schneidphase ist leicht konvex, damit es eben schärfer ist und die Schneide stabiler ist. Ist auch recht einfach nachzuschärfen, wenn das Ding mal ein bisschen stumpfer sein sollte, was allerdings was dauern sollte. Dann kannst du es ganz einfach auf Leder abziehen und dann ist es auch wieder scharf. So, ich bin mal auf dein Statement gespannt, ob es dir gefällt. Ich hoffe mal und ich wünsche dir dann erstmal noch einen schönen Abend.